Bin ich dumm oder... Aaaaahhhhhh Ja Und da schießt ein Geländ auf dich gell von da... Achso du Penis komm mal her Jetzt ist das Essen fertig 23 durch 3 Da hinten ist auch noch Gold Hippo komm mal her ich brauch da nen Eimer Ich tu mir noch kurz Eisen hier Wo bist denn du hin? Ah ne ich hab Eisen Wow da ist ein Creeper Ja hier ist auch einer und hier ist Lava und hier ist Gold Ich hätt gern das Gold Hier ist irgendwo... Da ist irgendwo ein Slime Hier ist irgendwo ein Slime Ich hab's gehört Hä wo brauchst du nen Eimer auch da hin? Ja da unten Da steht's nicht So ich bring den Ofen und so alles mit Hey Redstone Hey irgendwie saue Dunkelheit Nochmal Gold Nochmal ein Creeper Der leckt mich doch am... Und nochmal Redstone Und Bums Bums Hey wie sollt ihr da runter kommen? Ich bin hoch Einfach gesprungen oder wie? Wie Schlitz ja das Da ist auch noch ein... Hey hier ist ein Diamant Diamant Ich hab irgendwo ne kleine Dreck... Drecke Hey Diamant Ja hier ist Gold Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Irgendwie nicht Komm mal hier runter Ganz... Ganz links Da wo du vorhin gesagt hast Wo... Wo dein Name Ist Ehhhhh Komm mal hier runter Komm mal hier runter Ja hier Alter dieses Gelegge Ich hatte gerade 4 Frames Da ist Diamant Ich hatte 4 Frames Da ist Diamant Ja ich hol's ich hol's Da ist nochmal ein Diamant Da ist nochmal ein Diamant Acht Frames, 10 Frames Zwei Diamanten Da war irgendwo nochmal was Ich hab's jetzt Irgendwie verloren Ah da Hier so Da ist nochmal Redstone Nochmal Redstone Woha Ey Silber 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 Ah Gott jetzt fang ich auch schon damit an Was machst du jetzt wenn sie Silber wirklich ein Spiel einfügen Dann... Ich hab mal ein Problem Ja hier ist Redstone Ja hier ist Redstone Ey es lag weniger Weil ich jetzt auf Fast eingestellt hab statt Fancy Ich hab gar nicht gewusst dass ich so Fancy hatte Aber es lag trotzdem noch ein bisschen Mach normal Render Distance Die hab ich auf dem Laptop immer auf Haar Weil der verlupft ist einfach Ja aber ihr lagts ja gerade Ja vorher hat's aber Ohm oder was Ohm normal Ja aber jetzt lärts ja gedacht Ich hab doch heute auch nicht Ja aber nützt nützt ja so Ui Ohh Jetzt ich weiß eh schon wieder wie das endet Irgendwann mal fall ich in lava Ich komm mit wilt Und dann verzweifelt Dann lösche ich den Server Mäh Naja Ich hab mir die geschickt vorher, aber da ist nicht mehr die Updates hier drin. Updates? Achso. Was? Nix. Ich hab den Server vorher geschickt. Oh, ich sollte eigentlich schon aufhören, Alter. Oder was, du hast mir den Server geschickt, nee. Du wolltest mir schicken, dann hast du es dann unterbrochen. Nein. Und denn? Es hat dann auf einmal nur noch eine Minute gedauert. Echt? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Okay, gut, Leute. Äh, Pipo hinter dir, da auf dem Zweifel. Ähm, ja, Leute, ich muss mich dann hier mal verabschieden. Achso. In den Urlaub. Ja, mach mal eine Karte, oder? Wohlverdingt. Äh, wir nehmen rein. Wie nehmen wir, äh, ich glaub wir nehmen jetzt schon zwei Stunden oder so auf wieder. Ja. Ja, ist ja wahr. Ja. Ja, dann sammeln wir uns irgendwo und grafen wir uns da mal so ein kleines Häuschen zusammen und tun da in den Ofen rein und so. Damit wir einen sicheren Start haben beim nächsten Mal. Ja. Hä? Weil mir brennt der. Hä? Oh, der wird ja auch so leckig. Hä? Äh, der ist anscheinend in der Lava da drunter oder so. Hä? Äh, wo seid ihr, Mann? Da? Ja, komm mal wieder da zurück zu diesem Läckchen wieder. Alter, das läckst schon wieder. Ich wollte euch ja noch das Essen und so geben. Weiß? Ich bin vergeriert. Wie viele Viecher sind da eigentlich, guck mal dazu. Aber da drüben ist so die Ruhe. Woho! Wohoho! Komme ich zu euch überhaupt noch wieder verrück' ich woher? Ja. Das, guck mal. Ich bin bei dir. Da ist noch... Alter, wie viele Viecher? Okay, wir graben. Diese Nacht gibt mir wenig Schlaf. Ähm, ja. Stell den Ofen hier so hin und dann den Table hier. Und ich gebe euch davor jetzt noch das Essen hier durch drei. Jeder kriegt so acht. Oder sieben. Sieben Komma irgendwas. Okay, sieben Komma fünf Fleisch. Ey, wir wölfen jetzt. Wir könnten hier eine Kiste hinstellen. Ich habe auch eine. Eine Kiste? Mein Inventar ist fast voll. Ja, jetzt steht eine Kiste da. Meins noch lang nicht. Da ist es, wird es doch nicht. So, hier Leute, ich verteile dir mal. Lass mal hier noch von der Tür. Hey, wird es doch nicht. Jetzt Luke. So, und jetzt habe ich. Ich habe jetzt 13 Stück Fleisch. Okay. Hat jemand noch genug Holz, um dann den Tür zu... Wie viel hast du hier vor? Weil ich habe neun Stück. Ich habe eins. Aber ich habe hier gerade wieder drei reingelegt in den Ofen. Hä, du hast eins? Ich habe dir doch gerade sieben Euro. Ich glaube, das habe ich versehen durch aufgebaut. Ach so, ja. Dann können wir die Bienen lieben. Wir könnten noch einen zweiten Ofen machen, wenn wir das Eisen hier kochen. Ich gebe ihm kurz die sieben Fleisch. Dann muss ich dir, glaube ich, noch eins geben. Oder auch nicht. Ich habe das einfach mal mit Kies zugemacht. Okay, hier köchelt jetzt Eisen. Ich lege hier mal... Hey, das kleines Gammelfleisch. Ich könnte auch noch was messen. Und so wie viel. Oder so. Ich lege hier einfach mal alles sicher. Ich habe den Kies. Den habe ich hier reingelegt, den Kies. Ich habe ihn weggeschmissen. Da liegt er. Alles wird weggeschmissen. Das wird es nämlich mit. Das ist eben bloß einer. Also... So, das war mein Zeug. Okay, ne. Ich stöcke nämlich mit. Darf ich so zu gehen? So, das war mein Zeug. Okay. Gut. Ich mache mir noch kurz... ...auf dir. Du brauchst einen Stöne. Ist ein Viecher oder nicht? Okay, gut. So. Jo. Der arme kleine Hippo wird in den nächsten Folgen nicht dabei sein. Ja. Na ja, viele nicht. Es gibt... ...und sechs oder sieben Films wahrscheinlich. Boi. Boi ist denn. Denn Hippo macht Urlaub. Macht Urlaub auf. Hawoi. Hawai. Nein, nicht Hawai. Oder? Oder doch Hawai. Hawai Titi. Hawai Titi. Hawai Titi. Hawai Titi. Packer, drehen mir hier nicht so in der Gegend rum. Und dann. Hä? Hm? Ich hatte gerade 40 Kohle und auf einmal war es weg. Okay. Zu geklaut. Ja klar, das nehme ich jetzt mit dem Urlaub. Kann ich ein Lagerfeier machen. Ich habe 46 Kohle irgendwo her. Ich wollte die eh bloß in die Kiste trinken. Jetzt hat sie ja. Du sie einfach in die Kiste. Ach so. Ja, die wollte ich da eh dahintun. Ich habe mir gedacht, hey? Wo sind die hin? Okay. 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 Okay, ja. Dann könnten wir jetzt eigentlich einen Cut machen hier. Einen Cut, nein. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Aufnahme, wenn es heißt. Ich nicht. Let's play Minecraft. To get up. Yes.